ja und damit ein herzliches willkommen zurück beim let's play von happy wheels man war das wieder eine standard ansage und damit ein herzliches willkommen so der und ein bisschen durcheinander ok 3 2 1 und der asdf till 1 2 3 hat sich gewünscht von asdf till 1 2 3 hier es gibt nur zwei tools das darf man noch nicht verraten man darf doch nicht verraten wie viele trolls in einem level existieren und es geht wieder nicht die sdgv-taste und ich habe mich schon wieder vergessen einzulog aber das ist nicht so schlimm das war ja zwar weiter zocken ich werde aber mal sagen was nicht bewertet ja er lädt er lädt ich will nicht dass er lädt er lädt er lädt ich will nicht dass er lädt ja ok happy wheels ist abgeschmiert auf höchstem niveau es ist einfach alles kaputt gegangen ausgegangen weg gegangen patz weg alles patz so aber dafür hatten wir jetzt die zeit uns wieder einzuloggen und ja das level was ich gewünscht worden ist gibt es hier gar nicht und zwar gibt es hier nur zwei andere und deshalb gehe ich mal davon aus dass das neueste ist mister nikodem lp speed wenn es falsch ist kannst du mir das sagen ich finde wenn man ein level ist der nikodem lp dem und sollte es man nur so nennen aber okay so wie nieder denn nirgends oder oper und nein 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 ich lebe noch Meteoriten. Meteoriten. In der letzten Folge waren schon fast in jedem Level Meteoriten. Okay, jetzt hör mal. Ich bin Jupa-Opa und ich kann auch fliegen. Deshalb brauch ich nicht diesen Boden. Nein. Oh, oh. Ich hab ein ungewöhnliches Gefühl. Ich lebe noch. Mann, ist das Ende geil. Okay, wir nehmen am Bürotü. Nein, 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 nein. Und dabei muss ich nicht verziehen. Akten weg. Okay. Der Trumpf. Happy, hinter uns. Ich weiß, Kind, ich weiß. Mach dir. Kind, warum hast du diesen Ball losgelassen? Oh, ich bin auch tot. Verdammt. E.T. Power. Das ist doch unmöglich. Dieser Ball ist einfach schneller als wir. Ich habe eine Idee. Nein. Nein. Ich bin tot. Verdammt. Okay, wir müssen schneller als ich mal sein. Dann wollen wir E.T. Power machen. Oh, oh. Happy. Oh Gott, Happy. Da ist unser Kopf. Da war unser Kopf. Da war ein Stückchen. Die jetzt weg sind. Okay, geht auch nicht. Fette Frau. Na, du fette Else. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Moment, hier hat der Kopf mehr. Warum kann ich doch reden? Weil du fett bist und die Fettmasse aus dir spricht. Okay, okay. Ich glaube, auch mit dieser fetten Frau hier geht das nicht wirklich. Los. Was? Oh, Olle. Du sollst doch ins Ziel explodieren und nicht dahinter. Hoppla. Das freut ich gar nicht. Äh. Da. Oh mein Gott. Die dürften wir eigentlich gar nicht nehmen. Ich bin Superman. Ah. Tim, bist du dir da sicher? Also wenn man schon so ein Level machen sollte, dann sollte man auch die Kanten dort wegnehmen. Ja. Komm, 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 komm. Ja. Geschafft. Ähm. Piep. Auf zum nächsten Level. Gewünscht worden. Wultan. Happy Wheels Test von Lolta. Pfeif. Ja, so ist der Name. Läuft Pfeif. Ich habe so langsam mal Hunger. Happy Wheels Test. Ähm. Ich denke mal, ich nehme das obere, weil das wohl ganz schön oft gespielt. Very funny Level. Play. Happy Wheels Test. Das ist ein Test Level. Wenn du es schaffst, bist du ein... Äh, ich meinte Pro. Happy Wheels. Ich hab's gesehen. Wir wurden angeschossen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig. Oh Gott. Es sind... Nein. Nein. Falscher Text. Oh. Fabi. Oh Gott. Lass mich da hier nicht alleine. Oh. Okay. Dieses Level ist etwas schwerer als ich gelachte. Ausgewichen. Oh Gott. Hier an sie. Aua. Fabi. Fabi. Nein, 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 Kind. Ich hab alles unter Kontrolle. Mein guckst doch mal. Aaaaaaah. Ähm. Hab ich gesagt, ich hab alles unter Kontrolle? Uuuuui. Ähm. Oh cool. Ich bin ein Froh. Hm. Bin ich gar nicht. Haha. Und deshalb musste ich vier Sterne geben. Ähm. Der macht wie ich weiß. Auf zum nächsten Level. Gewünscht von. Ähm. Ähm. Gewünscht von unbekannt. Aber wahrscheinlich so... The Walking Bad. Ähm. Bad. Nicht böse oder so. Mr. Nicodem L.P. Robe. Von The Walking Bad. Die Dialoge mit dem Vater und Timmy sind voll geil. Und ich freu mich drauf, wenn du so mit unserem Kind reden wirst. Mit unserem Kind? Ich zeige keine Kinder mit mehr. Irgendwie. Ist dein Name hier nicht vorhanden. Ich denke mal, es ist ein anderes Level. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so ist. Search. Level Name. Mich dein Nico. Vielleicht hätte ich mal Lollow 5 wegmachen sollen. Verdammt. Immer so umständlich hier alles. Immer so umständlich hier. Huch. Ist der AGV funktionierte von Prios. Aha. Hier ist ein kleines Level zu deiner 100. Folge von Happy Wheels. Viel Spaß. Probieren und mach weiter. So. Hm. Ich bin verwirrt. Nee. Also, nee. Das hatten wir ja schon. Deshalb. Weg damit. Ähm. Der Robert T-Boy hat sich gewünscht. Mr. Nico M.L.P. Hart von Robert T-Boy. Jetzt aber. Was hat der denn da? Hoppla. Jetzt kopiere ich hier schon ganze Bilder. Was soll denn das? Mein zweites Level für dich. Das ist hart. Hab ich sogar nicht geschafft. Vielleicht du. Wieso veröffentlicht man Level, die man selber nicht schafft? Okay. Ich werd's. Ich werd's mal gucken. Viel Spaß. Papi. Ja, Kind. Ich weiß. Wir haben uns schon wieder verfahren. Kind. Kind. Sag doch was. Kind. Moment. Oh Gott. Was ist? Kind. Jetzt musst du ganz vorsichtig sein. Warum? Weil es ein gefährlicher Weg ist. Papi. 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 Ganz ruhig, Kind. Ganz ruhig. Ich hab alles schon. Moment. Wo bist du? Ha. Hab ich dich neu erwischt. Das war mein Ziel. Oh. Was war das denn für ein Geräusch? Oh oh. Papi. Ja. Weilenkopf. Ja, das ist ganz normal, mein Kind. Ganz normal. Papi. Du hast mich vergeben. Papi. Hoppla. Alter. Ist das schwer, da drauf zu kommen. Okay, okay. Jetzt werde ich es aber packen. Die stecken drei Pfeile im Kopf. Nein, die stecken drei Pfeile im Kopf. Ah. Ich lebe noch. Oh. Tja, da war es auch um ihn geschehen. Okay. Ganz ruhig. Oh. Ah. Nochmal. Aua. Aua. Ah. Mir stecken drei Pfeile tatsächlich im Körper. Ja, ich weiß, Kind. Das ist... Papi. Oh oh. Was machen wir denn jetzt mit dir? Komm wieder rauf. Ich kann nicht. Warum nicht? Ja, ich kann nicht. Aber warum? Ich kann einfach nicht. Scheiße. Es ist doch nicht wahr. Diese eine Stelle. Diese eine einzige Stelle. Ja, Kind. Heul nicht rum. Ich weiß, du hast einen Pfeil im Kopf. Lebe noch. Verdammt. Tja. Da war da auch das Kind weg. Okay, okay. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Okay. Ich hab einen Plan. Papi. Er geht doch eh wieder in die Hose. Nein, nein. Nicht in die Hose. Vielleicht überleben. Aber verdammt. Übers Ziel geflogen. Ah. Mann, ey. Es ist doch nicht wahr. So, jetzt aber. Komm. Komm. Papi. Ganz ruhig, Kind. Hab alles unter Kontrolle. Papi. Oh oh. Oh oh. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Moment, du auch? Verdammt. Wie? Was war da? Oh, verdammt. Ja, genau. Oh. Nicht schon wieder. Weg ist er. Ah, der Timmy. Was ein Spaßvogel. Oh oh. Tja. Wie sagt man so schön? Zurück an den Anfängen. Genau. Mann. Ah. Tja, tja, tja. Wie, Kind. Ach so, du hast ja... Ja, klar. Papi, wir fahren den Fallschuh weg. Nein, das ist doch nicht wahr. Es ist nicht wahr. Diese paar Millimeter, ey. Das ist nicht wahr. Pe, Millimeter, paar Nanometer. So. Wollen wir mal ein bisschen drastischer, dramatischer gestalten. Ja. Nein. Are you fucking kidding me? Where we are? Oh, hier. Papi, das werden wir nie und nimmer schaffen. Guck mal, ich bin Häupling ein Auge. Wieso bist du auch Häupling ein Auge? Weil der Pfeil in meinem Auge steckt, jetzt habe ich nur noch ein Auge. Tja, ich bin ganz tot. Oh, äh, das Kind ist auf jeden Fall in die vierte Dimension gelangt. Es hat seinen Lebenstraum erfüllt. Nein, eigentlich nicht, aber... Oh, Gott. Es ist doch nicht wahr. Diese blöden Fallen am Ende. Vielleicht sollte ich es mal etwas anders machen. So, ich werde jetzt hier bremsen. Wie sieht denn bei dir das Bremsen aus? Ja, äh, anders. Müssen wir jetzt hier rüber? Ja, müssen wir, aber du hast mich so eben gekillt. Wie jetzt? Ja, guck doch mal, wir stecken einen Pfeil im Kopf. Ja, warum kannst du da reden? Weiß ich nicht. So, jetzt aber. Komm schauen, das müssen wir schaffen. Okay. Ich bin die Tee. Ja, Papi, das wissen wir alle. Oh, Gott. Kann man hier nicht mal in Ruhe irgendein Bier genießen? Mein Gott. Was hast du da gesagt? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Das waren die Penner, die da gleich sind. Und ich wurde in Steam angeschrieben. Natürlich, LP ich. Ah! Wieso bin ich tot? Wo kam der Fall jetzt bitte her? Mann, es ist doch nicht wahr. Papi! Ja, ich weiß, Kind. Ich weiß. Was denn? Äh. Ja, 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 geschafft, verdammt. So geht das. Oh, Gott. Oh, gewünscht von, tja, nicht vorhanden. Jet Boy 4 von Verleyn Neleoko. Moment mal, wir hatten ja schon die Trilogie und jetzt ist der vierte Teil draus. Bin mal gespannt. Ganz neu. Jawohl, da bin ich mal echt gespannt. Ja. Ähm. Mit Sound. Jet Boy 4. Kontrolle. Vorwärts, rückwärts und so weiter. Los geht's. Äh, du musst nach vorne übrigens. Oh, ja, stimmt. Auf nach oben. Oh, Gott. Ich habe ein Widersacher. Alles klar. Gut zu wissen. Moment. Are you fucking kidding me? Das war's. Das war meh. Meh. Gegenüber den anderen Levels. Naja, egal. Auf zum nächsten Level. Gewünscht von ASDF Yona123. Mr. Nicodemlp1 von ASDF Yona123. Immer dieser ASDF Spawner. Als hätte man keine Idee, wie sein Name heißt. Ha, wie ich damals. So, viel Spaß. Ähm, wie nehmen wir denn? Ich würde mich freuen, wenn du es spielst. Ja, es wird ja gespielt, wenn man es sich wünscht. Und wenn es existiert. Wohlgemein. Das sind die zwei Kriterien. Sie werden sich gewünscht und sie existieren. Hallo, Mr. Nicodemlp1. Es ist nur eine Demo. Es ist eine Demo, mein Level. Wenn du es magst, dann mache ich ein großes Level. Santa. Ja, ich weiß. Oh, mein Gott. Oh, nicht schon wieder. Oh, schon wieder ein neuen Lakaai. Wieso ein Lakaai? Der war mit Brass. Ja, dann müssen wir erstmal hier raus. Ho, ho, ho. Oh, oh. Ich will nicht weiter. Ey, flieg nach oben, Opa. Ich wollte nach oben fliegen. Nicht so nach oben. Oh. Immer dieser Opa. Oh. Das ist der richtige Weg. Nein, nicht schon wieder. Es ist doch nicht wahr. Oh, Gott. Nein, meine Beine. Nicht schon wieder. Die haben sich doch gebraucht. Aber die sitzen im Rollstuhl. Ja, das ist halb. Ja. Verdammt. Es ist doch nicht wahr. Oh, okay. Okay, okay, okay. Oh, nein, 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 nein. Es ist doch nicht wahr. Immer die gleiche Stelle. Es ist nicht wahr. So, jetzt aber. Komm. Aua. Nein. Ey. So, jetzt aber. Flieg. 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 Ja. Ja. Rüber da. Oh, herrlich. Was für Hölle. Wo sind wir? Aha. Mäh. Mein Triumph. Den müssen wir jetzt nehmen. Papi, wir haben uns schon wieder verfahren. Ja, ich weiß. Wir sind schon wieder falsch abgebogen. Wie falsch abgebogen? Oh Gott. Was war das denn? Oh, nein, 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 nein. Ich habe das ganz genau gesehen. Scheiße. Tja. IT-Kräfte vor sie bin. Mal sehen, ob ich hier rauskomme. So, jetzt aber. Ähm. Halt, 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 halt. Also, wenn du die Löcher schon machst, dann solltest du die etwas kenntlicher machen und natürlich auch, ähm, richtig, die Originalgröße packen. So eine Scheiße, nicht schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Okay. Rüber da, rüber da, rüber da. Flieg, IT, flieg. Moment, warum nenne ich mich selber IT? Ach, egal. Spring, spring, spring. So, jetzt hier nach oben, hier durch, und spring, spring, spring. Oh, geschafft. Ah. Gut, geschafft. Papi, wir fallen. Ja. Auf zum nächsten Level. Naja, aber erst in der nächsten Folge und damit sage ich Hause, Leute, bis zur nächsten Folge.